Ja, im Namen des SV Bukstargat, im Namen des Vorstandes möchte ich Sie recht herzlich begrüßen. Hier in Bukstargat auf dem neu errichteten Sportplatz. Wie Sie sehen, sind jetzt nicht nur die SG Mühlen mit Voldeck auf dem Feld und der SV Bukstargat 090 Rote Mannschaft, sondern auch der Herr Dieter Holwig und der Herr Alfred Turo auf der rechten Seite. Sie werden hier vor dem Spiel den Ehrenanstoß machen. Und da ist der Erfolg. Ich erwarte einen Applaus auch von der Tribüne. Danke Dieter, danke Alfred. Und das war das 1 zu 1. Das erste Tor wurde erzielt auf dem neuen Platz durch unsere Nummer 11. Zwei, spinn! Das war das 1 zu 1. Das war das 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 1. Das